gibt es auch eine markierung da drüben ok, das haben wir schon tja ach ne ich hasse dich so sehr so, Schnauze hier ouch, Gott, ich bin mir so auf den Zack sterbt ich hasse dich so sehr ach, Mann, Mann, Mann sind wir wieder anstrengend Briefe auf elegantem Briefpapier ok, und wisst euch dazu lest diese Anweisungen sorgfältig durch denn ich dulde kein Versagen erscheine morgen am abgesprochenen Ort und holt in dieser Lieferung Setzlinge ab wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen Vermentino zu infizieren Vermentino sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus dem anderen Weingut wartet sehr vergiss den Schlüssel nicht ach interessant ich hab das Gefühl ein Dritter steckt dahinter interessant den auch ok tja da ist ein Schatz so so waren das alle ok hm aber wo war denn hier jetzt dieser Schatz hab ich da was mitgenommen wurde schon angesammelt hm gönne nix neues hier hm tja egal gut dann gehen wir mal da hin so roche 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 na schade können wir nicht miteinander reden aber das wäre so schön hm hm so verstehen wir haben jetzt auch einen Stall für dich in unserem Anwesen ein richtiger Stall nur für dich im Garten von Corvo Bianco hier findest du alle Pflanzen die du brauchst um Färbemittel herzustellen mit denen du deine Hexausrüstung Setz neu einfärben kannst ok interessant was nach einer Zeit wieder nach ok cool alles was man braucht ja schön so so da mal Staubsauger spielen nice cool so stimmt wir haben das da und äh äh genau genau den Stall sonst das Haus noch weiter ach das Gästezimmer stimmt das Gästezimmer und noch mehr Waffenstände oder sowas was eigentlich unwichtig ist so zeig mal den Stall her wo ist denn der Stall so der ist da drüben der Stall hm könnte besser sein tja so und wie sieht's aus hm ok warte ich könnte da eigentlich genau das da hm wo ist denn du sind tja 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 hm ok da hab ich nur das hm du sind Herzog Ritterhose hm du seh in Ritterhandschuhe wo kommst du Offizier Ritter Ritterturnier na nehm ich dich schön unsere Ritterrüstung interessant ok wo ist denn hier das Gästezimmer hier äh ne ok hier war ich schon wo ist denn das Zimmer Gästezimmer Gästezimmer hm was soll denn das sein ah hier ok was sind wir denn da von Iris und Oldgier nehmen wir dich schön ah ok das ist das hier hier hab ich nichts Neues zum Aufstellen ok schade hm ok das hätten wir hm Mordklinge eh mal dich da drüben ok kann ich da noch eins hin tun zwei Stück ok ok Däthwen adon däf adon däf mordklinge dududu gä bannfluch aber nicht wo da hingehen so und was haben wir noch hier hm Ruhm des Nordens ruhm des Nordens cool so ok und hier mordklinge Iron Dike schön kann man da hingehen ok warte dann nehmen wir dich wieder mit dobra dobra so einen speziellen Platz und zwar hier Moment so hier kannst du hingehen nice die zwei schönen Waffen cool kann man das doch irgendwie noch gebrauchen aber wo ist denn jetzt hier das Zimmer oh das ist so grell oh mach die Kerzen aus ne jetzt schon abgeschlossen och schade ich wollte da noch viel mehr tun sure why not during the tidying that preceded the renovations I came across a bottle of seprimento the 1250 vintage I cannot say by what miracle it survived but it is here and we've course to open it today so schön and then he ran straight into the crowd burning bouquet in hand all thought it a part of the performance so they only laughed even when the decor began to catch fire it was not until the flames engulfed Baron Mahefkin's beard that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires sounds like monsieur Ebolius and madame Nina threw some first-rate balls here it was so in this regard Baron Rossell was decidedly more reserved so tell me Barnabas Basil what's the wine situation like here am I going to produce any this year this year is out I fear sir last autumn a fungus destroyed all the vines Baron Rossell had new ones planted but it will be some time before they start bearing fruit assuming that is the fungus does not reappear hmmm that would be bad this seprimento got me dreaming it's amazing isn't it though allow me to top you off sir there thanks ah schön uns Hahnwesen hm okay haben wir das jetzt echt abgeschlossen haben wir abgeschlossen auch schade ich wollte noch mehr tun hm okay ach man tja okay hm interessant ach können wir jetzt da hingehen okay hm hm na schade es ist vorbei hm hm naja gäbe auch dieser stall das sieht ein bisschen lächerlich aus okay wir müssen zum ball gehen es ist soweit so da drüben so 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 hm 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 so und es ist Mittag wir können da hingehen so noch ein schöner ball oder was es ist hm hm da freuen sich alle ah master witcher willkommen alt belledal ist expectant okay schön witz in der courtyard mit den anderen guesten interessant hm was haben wir denn hier der weiße wolf zähmt bucler tausendfüßler ach was er gemacht hat okay und ein selfie willst du mich verhaschen okay ein hexer zähmt pfauen ja schon ein cooleres bild aber okay dieser scheiß selfie da ruiniert alles was soll denn das was was haben wir hier gerald und ein panther hm ist ja traurig hm das sind schon schöne bilder ach so schön gemacht wie both male and female beaucler centipede are formidable predators die bees prefer to hunt in packs yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack cast your eye on the hunter who though fully aware of the danger wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Ah, Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. I'm delighted to see you. I have a small gift for you, and I shan't let you refuse. Hmm? You are free to sell it, of course. Though I would be honored were you to hang it in your home. Thanks. Hmm. Okay, interesting. The Weiße Wolf von Graf Beledal. Can I look at it once again? Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched two already. She'll not need to wait for my return. En route home, I mean to pass through Dol Blathana. They say one can see sylvans there. Yeah, actually happened to know one. Name's Torkay. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. Go in the front. Good crowd. You got a lot of friends. All of them seem to be falling over your paintings too. Oh, when you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh meat. And they praise you at the high heavens for each trip, burp and sneeze. Not all are lying sycophants. That's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. Besides, besides at times I'll exhibit a completely failed painting just to listen to them and twist their tongues into knots trying to find just the right superlatives to lather on smeared rubbish. Naturally, the more intense someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. Okay, interessant. Hm. Okay. Nice meeting you. So long now. Oh, das war's schon. Okay, tschüss. Nettes Büffel oder was das ist. So, das nehmen wir mal mit. So, Fisch geht. Ah, schon besser. Okay. Kann ich mich unterwegs mitnehmen. Danke für die Einladung. Ist nett. So, was haben wir denn noch hier? So, danke schön. Wenn wir schon mal hier sind. So, das gehört mir. Geht weg da. So. Danke für das Essen. Dankeschön. Na schön. Tja, das hätten wir. Okay. So, was haben wir denn da? Für ein Bild. Äh, hier. Zeig mal her. Zeig mal her. Hm, 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 hm. Wo ist denn das? Sehr, questgegenstand. Ah, hier. Hm. Sieht ja cool aus. Geht es gar nicht mal aufhängen. Muss dann dann, muss dann halt nur ein anderes Bild weg. Interessant. Okay, das hätten wir auch diesen Auftrag. Interessant. Okay, einer ist entkommen. Hm. So, wir haben hier noch da drei von fünf. Besuche, Coronator, nach Hinweisen auf Sabotage. Coronator, da. Okay. Hm. Drei von fünf. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal diese zwei und dann vielleicht bald mal das Turnier. So, es wäre schön. Okay, das würde ich Coronator durchsuchen. Soll ich dann das zuerst tun. Geht ich mal da, da hin zuerst. Und wo ist denn hier eine Schnellreise? Da drüben. So. Auf zum nächsten Auftrag. Hier ist ja... Okay, es sind Fragezeichen in der Nähe. Aber gut, da unten. Dann mache ich später. Jetzt erst mal hier, okay? Gut, dann fangen wir hier an. So. Einmal Leben bitte. Da hin zuerst. So. Noch eine Monsterhöhle aufräumen. Ja, gesund müsse man sein. Dann lebt man länger. So, was ist denn hier? Pardon me. Perhaps, perhaps you could help me. You seem a strapping lad. What's the problem? I acquired this old storehouse at auction. As it turns out, it stinks like an Ophiri larder and is loud as a Novi-Grad brothel. Bumboch it all. I infested my life savings. Now I fear to go inside. Do help me, Witcher. Ja, kann ich tun. Could look into it maybe. Among as you have the means to pay me. Hm. Okay, aber nur wegen Gestank geht und nicht da rein. Fine, so be it. We've had a deal. All right. I'll take a look inside your storehouse. Hm, na dann. Was haben wir denn da? I do what they pay me to do. That's it. Oh. Ja, cool, ey. Sieht man schon. So. Ja, und Gehrer macht keine Treppen. Da stolpert er immer. Aber da ist noch was anderes. Hm. Was so ein Lärmacht. Kommt ihr mal her. Was zum. Machen Alkohol. Besant. Autsch. So. Mach die Stachel weg. Und stirb. Dann ist er süß. So. Hm. Ja, und weh. Was soll das denn hier? What the fuck? Okay, da hat er ja einen Scheiß gekauft. Hätte er das mal vorher angeschaut, bevor er es gekauft hat. Tja. Okay. Hm. Na, seltsam, seltsam. Komisches Fleisch. Hm. Sonst nichts zum mitnehmen. Ah, da. Da. Immerhin etwas. Wuch. Hm. Okay. Tja. Ah. Was? Noch ein Goal, okay. So, letzter Goal. Stirb. Okay, das waren alle. Hm. Ich dachte, da kommt jetzt noch was gefährlicheres. Was so einen Lärm gemacht hat. Okay. Aber was zum Teufel ist das denn hier? Was hat der denn eingekauft? Ein Schlachthaus. Ui. Ob das so gut ist? Hm. Okay. So. Das will ich mitnehmen. Dankeschön. Und hier war noch irgendetwas. Hm. Interessant. So. Was ist hier? Okay. Hm. Okay. Das sieht aber so aus, als hätten die hier irgendeine Wasserkreatur gehalten. Wenn hier so viel Fleisch liegt. Hm. Na, seltsam. So. Keine Ahnung, was du siehst. So. Hm. Rivikalme Lagerhaus. Okay. Hm. Ja, ist es. Gut, mach das. Jun. Meanwhile, vielleicht you need something. I've a meager stock just now, but come back in two days to see a full array. And the discount that will make you cross-eyed. Okay. Okay, interessant. Das erklärt, warum da so viel Fleisch rumliegt. Hm, okay. Nachher ist es vollständig. Ist ja toll. Wir sind nix. Tschüss. Bis dann. So. Okay, das hätten wir. Ist nicht abgeschlossen. Okay, weißt du, ist das nicht abgeschlossen? Hm. Wegen diesen zwei Tagen, wo man dann zurückkehrt oder wie? Hm. Okay. Okay. Dann mal dahin. Aber wem gehört dann nach wem? Okay, das hier gehört Mathilda. Das hier gehört dem Mann. Okay. Gut. Das heißt, der Mann wurde sabotiert. Okay. Mal schauen, wie es bei ihr aussieht. Ja, können sie. Wir. Und wir. Hm, 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 hm. So. Happy Trails. Okay. Danke für den Honig. Ist aber nett. Absolut. So. Hm, hm 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 hm. Okay. Nichts, was mitnehmen. Schade. Ach, ich sehe schon. Okay. Hier sind die auch. Ich habe echt das Gefühl, hier ist ein Drittdammwerk. Lass mich schritten, okay. Hm. So, Schnauze, ja. Tja, das war's. Na, schön. Zwei von fünf, okay. Hm, ist ja toll. Okay, aber warum soll ich das aufräumen hier? Hm. Liste mit dem Segel von Liam de Coronata. Ich war ein junger Mädchen. Wir hatten hier zu Saktan Moritz, wie man es sollte. Hast du's, okay. Wir müssen unsere gewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir wissen immer noch nicht, wo diese riesigen Parasiten herkommen. Stell deshalb zusätzliche Wachen auf. Lass Tag und Nacht Fackeln brennen und lass die Feuer nie ausgehen. Denn diese wilden Pflanzen mögen kein Feuer. Vergiss nicht, dass unser Herbariumwald wichtig ist. Ohne die Aromen, die du uns besorgst, können wir die Produktion des Gewürzweins niemals fertigstellen, in denen wir so viel Hoffnung gesteckt haben. Ich weiß, die Männer haben Angst und wollen nicht arbeiten. Doch statt des Stocks, von dem du offensichtlich sehr gern Gebrauch machst, sollst du den Leuten sagen, dass ich den Lohn auf zwei Kronen erhöhe. Und dass sie sich außerdem am Ende der Woche in der Küche melden können, um eine Pfanne-Pâté zu erhalten. Hm. Okay, der hat das Problem wohl auch. Mit diesen Viechern. Hm. Würde ich so bitte aus dem Weg gehen. Hm. Okay, deswegen soll ich das aufrollen. Na schön. Weg in diesem Wald. Hm. Okay. Aber hier gibt es keinen Hinweis. Doch mal da vorbeischauen. Ach. Versteck doch, Schatz. Hm. Ne, das machst du nicht. Ja, da bin ich. Na, was geht? Alles gut. So, lass den Mist, Junge. Hör auf, zerstören. Hm. So, Schnauze hier. Geh ab. So, und tschüss. Jetzt bist du dran, du kannst das haben. Hm. Hab genug genervt. Hm. Alles ist gut. Und perfekt. So, stirb. Mann, du Spielverderber, stirb. Hm. So, danke für die Waffen. Hm. So, weg damit. Hm. Hm. Du, 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 du. So. Okay. Hm. Unverlendet da Bericht. Du sehnt Herzogswächterhose. Zu einer Reisekiste, okay. Filibert, der schon wieder wieder befohlen hast, sind wir zu Konrad Weids Expedition gestossen. Weid ist wirklich ein erzdämlicher Lackl. Er wollte alleine von Caravista bis nach Lanexeto gelangen und unterwegs noch nicht mal Handel treiben. Er hat mit irgendwem gewettet, dass er es in 80 Tagen bis ans Ziel schafft. Okay. Den Wagen hatte er gerammelt voll mit Vorräten und am Kutschbock hing ein dicker Koffer voll mit schnifgadischen Florin. Wir zeigten die ganze Nacht auf seine Kosten in der Fasanerie. Ich habe immer noch Sodbrennen. Er hat kein Moment gezögert, uns bei seiner Expedition mitmachen zu lassen. Und unser Vorschlag, vor der Stadt ein Lager aufzuschlagen, hat ihn echt im geringsten misstrauisch gemacht. Fast hätten wir unsere Arbeit erledigt, ohne uns auch nur die Hände schmutzig zu machen. Aber leider hat Suetan den Hammer nicht fest genug geschwungen, um ihm den Schädel richtig einzuschlagen. Der Idiot, wie wohl besoffen, schrie und tobte und die Pferde gingen durch. Zu einem Überfluss waren sie auch noch eingespannt und zogen den Wagen schnurstracks in den Zeh. Das war ein Pech aber auch. Wir wollen so schnell wie möglich von hier verschwinden, weil es hier von Rittern und Hexogs wäre Wachmännern wimmelt. Aber es ist wie verhext, nun steckt auch noch unser Wagen im Schlamm fest. Hm, interessant. Ja, was hier so passiert? Okay, der müsste dann da drüben sein. So, bitte runter. Du sollst das da mitnehmen. Tagebau von einer Weltreise. Tag 1 der Expedition. Ich, Konrad Weid, werde das Unmögliche vollbringen. In 80 Tagen durchreise ich den gesamten Kontinent von Caravista bis La Nexito. Ich lache der Gefahr ins Gesicht und verachte die kleinen Leute, die immer fort von Fehlschlägen und Katastrophen fasseln. Ich werde meinen Gegnern beweisen, dass es ihr größter Fehler war, gegen mich zu wetten, für den sie in die Aufgaben in Florin zahlen werden. Tag 6 Ich bin noch immer in Buckeläer. Meinem ursprünglichen Plan nach hätte ich die Stadt ohnehin umgehen müssen, denn ich lege schon zwei Tage zurück, doch verflucht sei alles. Mir fällt der Hintern ab von den endlosen Stößen der teuflischen Wagenbank. Zwieback und Dörfleisch kann ich nicht mehr sehen. Ich habe etwas Luxus verdient. Ich werde daher die berühmte Fasanerie aufsuchen. Tag 8 Ich habe in der Fasanerie neue Freunde gefunden, allesamt Liebhaber des Abenteuers. Sie haben gefallen an der Idee hinter meiner Expedition gefunden und wollen mich begleiten. Morgen brechen wir gemeinsam auf. Zwiezahn einer meiner neuen Begleiter schlug vor, Buckeläer sofort zu verlassen und außerhalb ein Lager aufzuschlagen. Dort können wir meine Vorräte inspizieren und die weitere Reise vorbereiten. Tag 9 Wir haben unser Biwak aufgeschlagen. Alles ist inspiziert, die Finanzen gezählt bis zum letzten Körper. Zwiezahn verludt alles auf einen Wagen und bereitete die Pferde vor. Nun setze sich am Feuer, trinke Estes und genieße einen entspannten Abend. Das Leben ist schön. Ja, der kam aber nicht weit. Okay, wow. Gut, ich weiß nicht, wo er gestartet hat, aber... Tja, wo ist denn hier Buckeläer? Da! Dann hat er zwei Tage gebraucht. Von hier bis hier. Okay. Ist ja ein Witz. Da, 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 da. So, nimm das. Ne, ne, lass das. Das. So. Okay, da, was soll der mit dem Hammer? Der ihn getötet hat. Tja, das ist ein neuer Kampfschrei. So. Tja. Schaut klappen, der fünf Rittertugenden. Das ist alles. Ne, das weiß ich nicht. Wo ist denn das Tier? Da. Da. So. Ah, schon besser. Cool. Tja, nachzahlen um die Welt, das stimmt. Äh. So. Da waren wir. Ja.